Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal StunnoGaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde Vitae Conqueror Simulator. Und ich würde sagen, wir öffnen hier auch mal direkt unser Geschäft. So, also wir brauchen... Äh... Warte mal, hier hat sich irgendwas Gendes. Okay, einfach türkisisch. Ja, wir gucken einfach nochmal nach. Also das kostet 24. Da machen wir 25, so. Ja, das ist richtig. Das ist auch richtig. Ist auch richtig. Ah, das ist nicht richtig. 18, so. Das ist auch richtig. Das ist auch richtig. Ja, das passt alles. Passt auch. Das sind 10, so. Okay. Äh, irgendwie will keiner bei mir rein. Deswegen esse ich hier nebenbei jetzt einfach mal was. Ham. Hm. Lecker Pfannkuchen, Leute. Na, jetzt kommen sie doch. Die wollen auf einmal doch rein. Mhm. Hm. Oh. Warte mal. Irgendwas ist hier weg. Ah, Becher Pullover. Hm. Ah, warte mal. Ich hab die hier schon drin. Ja, dann hatte ich das doch schon gemacht. Ja, kann man ja auch mal vergessen, oder? So, hallo. Äh, 0 Dollar. Danke, dass du das passend hast. Auch 0. 210, Alter. Okay. Dein Laden ist im Level auch gestiegen. Goil. Mhm. So. So. Danke, dass ihr alle hier mit Karte zahlt. Dann krieg ich es nämlich schneller hin. Ja, alles abzubezahlen. Oh, danke. So, jetzt muss ich aber mal kurz hier, äh... Mal was. Pinkes, kurzes T-Shirt. Hä? Ach hier. Schon gewundert, hä? So, ein Becher Pullover. Natürlich auch. Ah, schon leer. Hey. So, dann fehlt einmal noch... Ja, rotes. Dieses Rote fehlt. So. Können wir mal kurz hier gucken. Gelbes, kurzes T-Shirt. Kommt hier hin. So. Das ist leer. Die Jeans sind auch leer. Und das ist welches? Der, glaube ich. Okay. So, bringe ich die hier mal kurz weg. Ja, wir müssen von den Jeans auf jeden Fall welche kaufen neu. Und auch von den blauen und auch von denen mit Vogelmotiv. Also einmal das, einmal das. Und mit Vogelmotiv. Ja, ich mach doch jetzt, Junge. 60 Tacken. Kriegste weg. So. Jo, der kauft drei Dinger davon. Hä? Ach so. So, 210 Dollar mit dem gemacht, Alter. Let's go. Ich hab nämlich jetzt nur gerade Zahlen. Und das ist halt übelst praktisch. Dass ich keine Centbeträge mehr hab. Wie man hier sieht. Ich hab immer. Oh. Der hat kein Wechselgeld. Äh, sie mein ich. Okay. Dann gehen wir jetzt ja einmal kurz hin und holen uns schon mal die Jeans. So. Die Jeans sind wieder da. So. Die blauen. Das sind halt Markenklamotten. Die gehen relativ schnell weg, ne? So. Und natürlich Vogelmotiv. So. Wir gucken mal kurz, was für ein neues brauchen. Also einmal weißen Tanktop. Beja Pullover. Und das war's erstmal. Also. Das, das. Okay. So. So. Leute, es sind jetzt auch, glaube ich, Ferien, ne? Das schmeckt doch jetzt. Also ich hab natürlich auch Ferien. Ne, ich kann jetzt den Tag noch nicht beenden. So. Da wollen nämlich noch Leute einkaufen. 2, 1, 0. Digga, ich hab 3.000, Alter. Let's go. Okay, wir haben 3.465. So, jetzt gucken wir mal kurz, ob wir hier irgendwie eine neue Vertrag unterschreiben können. Und, ja, tatsächlich. Können jetzt den einmal unterschreiben. Und, warte mal. Aufrüstung. 1, 2. Achso, den können wir ja nicht kaufen. So. Und dann einmal. Einkaufswagen zum Einkaufswagen. So, was ist denn noch? Beige Pullover. Ja, den hab ich doch, glaube ich, hier schon da, ja. So, wir machen jetzt hier ein bisschen Überschutten. Passt, sollte aber passen. So. Und der beige Pullover. Der darf natürlich auch nicht fehlen. So, dann haben wir jetzt eigentlich hier alles wieder aufgefüllt, ne? Was ist das hier für einer? Weißer Tanktop und mit so einem Motiv. Okay. Kaufen wir uns nämlich noch einmal, noch einmal hier ein, zwei weitere. denn ich kaufe jetzt auch noch den anderen Vertrag. Beziehungsweise den kaufen wir, glaube ich, doch erst im nächsten Video. Ja, wobei, scheiß drauf. Leute. Dann wird das jetzt hier nämlich die letzte Folge von dem von dem viel. 388 Dollar haben wir gemacht. Leckkosmio. Mhm. So. Wir haben auf jeden Fall eine riesige Bestellung. So, komm her. So, einer kommt da hin. Der andere kommt. Passt das hier noch hin? Ja, eigentlich schon. Hm, so. Na, ne, passt doch nicht. Egal, dann machen wir das jetzt hier hin. So. Du kommst jetzt einmal mal hier hin. Warte, ich könnte den auch so hinstellen. Kann man viel besser. Wollt nicht dich. Wollt den hier. So. Kann man den nämlich viel besser da hinstellen. So, der letzte einmal. So. Okay, also das ist neu. Das sind, glaube ich, alle neu, die ich hier habe. So. Graues Hemd. Zack. Und einmal noch das hier. Was bist du jetzt hier noch? So, ein weißer Tinktop. Ja, der ist voll. So. Ja, immer noch mal kurz die Preise. Das machen wir auf 70. Das auf 30. Das auf 30. Das auch auf 60. Das auch auf 60. Und du auf 43. So. Kann der Laden geöffnet werden. Denn dieses Video, Leute, wird auch das letzte Video von diesem Spiel sein. Weil mehr kann ich hier auch nicht spielen. Man kann jetzt hier noch alles umdekorieren. Also. Hier Schuhe, Regal und sowas. Das bringt mir ja nichts, wenn ich keine neuen Verträge kaufen kann. Deswegen. Wird das definitiv das letzte Video sein. Wir können aber noch mal kurz gucken. Na, können wir auch nicht kaufen. Bank können wir auch nicht. Betar. Hintergründe. Aha. Gelbes T-Shirt. Hier sind aber überall Sachen. Na, scheiß auf. Oder habe ich hier doch noch eine neue? Ey. Naja, die sind ja alle alt. Okay. Leute, ich würde auch sagen, das war es mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord-Server vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ab und Traum auf den Tag. Hau rein und euer Sambi. Ciao. 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 Ciao.